Ja, und damit hallo und herzlich willkommen, der liebe Florian hier wieder. Ja, was soll ich euch sagen? Ich versuche mich nicht aufzuregen, ich versuche mich wirklich absolut nicht aufzuregen, ich muss mich echt zurückhalten. Wie gesagt, diese Sicht ist die Sicht eines Fachhändlers, ja. Von der privaten Sicht ist es was ganz anderes, aber aus meiner Sicht ist das Fachhändlers völliger Unfall, ja. Sonderpreis-Baumarkt hat hier ein Prospekt rausgebracht, wir gucken jetzt hier das gerade von Sylvester Tükei an. Und wir gehen hier mal ganz kurz, bevor wir weiter drauf reden, kurz drauf ein. Die Giant 5 für 3,88, die Capri für 13,95, die Ahsoka für 2,99. Super. Jetzt gucken wir mal weiter runter. Nico brauchen wir dieses Jahr nicht drüber reden, die haben sich selber ins Knie geschossen. Ja, Big in Japan für 74,95. Ferronia für 27,77. Zappalon, 32,95. Die Berserk und die Wilk für 64,95. Ich weiß nicht, ob die bei uns überhaupt einen Shop war, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Und dann kommen wir zu dem richtig größten, ja, im Rückschlag, den wir kriegen müssten, also den wir bekommen haben. Also erstmal die ganzen Chorsets, 9,99. Und die Expression, Orchid Medusa, die Monio und die Opal für 14,95. So, und jetzt reden wir mal ein bisschen Klartext hier. Ich habe die Schnauze sowas von gestrichen voll, ja. Ich versuche ja öfters irgendwie immer gut zu reden, was mit Funke und so ist, ja. Gerade durch die Thematik mit Pulver und so, ja. Von der Thematik mal ganz abgeschweift, ja. Dass Pyroland hier von vornherein sich hier den Max schieben kann, weil sie ja noch irgendwie eine Abmachung haben und dadurch können sie Pulver verkaufen, ja. Hauptsache, die Mail geht dann jeden raus und wir müssen uns hier zusammenreißen. Wie gesagt, Pulver hätte ich von vornherein nicht gekauft. Es geht nur ums Prinzip, ja. Einfach mal zu dem Thema, ne, Malte Klein. Malte Klein auch zu dem Thema. Du hast doch selber auch in deiner Mail gesagt, du verkaufst aber auch an den Leuten, wie du Lust hast und an wen du möchtest. Und das ist vielleicht auch so ein Großkunde, der ist dir bestimmt nicht untergegangen, weil der wird nicht nur so 10, 12 Paletten gekauft haben an Feuerwerk, der wird ein bisschen mehr gekauft haben, denke ich mal. Auch wenn es nur in drei ausgewählten Shops bei Agento, Iskra und Albert der Fall ist. Aber es wird ein bisschen was gewesen sein. Und das dann auch nochmal zu den Preisen, ja. Das ist schon echt Respekt. Ihr habt alles richtig gemacht im Leben. Ihr seid echt super, ja. Ihr macht sowas von die Fachhändler kaputt mit so einen Aktionen, ja. Lieder jetzt mal dahingestellt. Wir haben alle gewusst, dass es früher oder später kommt, ja, mit der Serie. Das ist aber ein ganz anderes Unterschiedenblatt. Und selbst da hat er uns in den Kommentaren geschrieben bei uns auch auf unserem Video, Albert, dass wir uns keine Sorgen machen. Das ist nicht um gelabelte Schose. Das ist was ganz anderes, was ganz Neues, was wir auch nicht kaufen konnten, was da mal wieder reinkommt. Und dann denkst du dir so, alles klar, wird sich schon geregelt haben. Und dann kommt von Woche zu Woche immer mehr auf den Schlag. Jetzt hast du hier Sonderpreisbaumark, die auf einmal so eine Preise rausholen. Ich sag's ganz ehrlich so, wie es ist, ja. Vielleicht kann ich mir jetzt hier was sonst kassieren, ja, von irgendeinem anderen. Die Preise, die hier fast stehen, sind fast unsere Einkaufspreise als Fachhändler. Ich erzähl keinen Scheiß. Ja? So, und das ist jetzt gerechnet mit 90% Mehrwertsteuer, ne? Er muss ja auch nochmal 90% Mehrwertsteuer abführen von den Artikeln. Ähm, ja, also, das ist wahrscheinlich für ihn einfach nur Promo und Plus-Minus-Null-Geschäft. Oder er war sehr hart, sorry, dass ich jetzt ausfallen werde, oder er war sehr hart irgendwo lutschen und hat richtig gute Kontakte, um so eine Preise auf den Markt zu bringen. Ja? Sicherlich, wenn du 10, 20 Paletten kaufst, kriegst du deine 6, 7, 8, 9, 10.000 Euro Rabatt. Wenn er das auf die Preise widerspiegelt, Respekt. Du hast das System der Fachhändler echt verstanden. Wirklich. Äh, da könnte ich, ich, ich würde hier wirklich zum Hobby-Hitler werden. Ohne Flax. Wenn ich sowas sehe, ja, da könnte ich kotzen, ja. Wir hatten immer das Privileg als Fachhändler, gerade Agento, ähm, die Sachen zu bekommen. Äh, und dann kommt so ein Typ wie Sonderpreis-Baumarkt und klatscht dann noch so eine Preise dazu ran, ja. Er hätte sie anbieten können, wegen meiner, wenn er sich auch an die Preise hält. Es wird keinen einzigen Fachhändler geben, der diesen Preis auch schaffen wird. Ähm, mich trifft's nicht so doll wie andere, weil ich hab so einen hier nicht in der Nähe. Aber andere Fachhändler, die vielleicht in der Nähe von so einem Ding sind, es tut mir wirklich leid, Alter, dass ihr sowas miterleben müsst. So, daraufhin hab ich jetzt sogar meinen Stift zerbrochen, weil mich das so aggressiv macht, Alter. Was soll sowas? Du hast immer das Privileg gehabt, als Fachhändler bessere Qualität anzubieten als im Discounter. Jetzt hast du einen wunderschönen Baumarkt, der bietet jetzt Qualitätsprodukte an. Der hat auch vorher schon Lassi und Co. angeboten. Jetzt in die Sparte bei Agento reinzugehen, hätte mich auch null interessiert. Mit den Preisen aber, da krieg ich echt zu viel. Wirklich, da krieg ich, da krieg ich so einen Hals. So, und das ist wie gesagt die Sicht als Fachhändler, als Privatmensch, so wie jeder andere. Oh, ist ja geil. Ja, ist es ja auch, dass die, die für die Preise raushauen. Aber die machen sowas von die Marktwirtschaft gerade kaputt. Zumindest in den Umkreisen, wo andere Fachhändler bei den Baumärkten sind. Mir tun die Leute leid, die extra mehr eingekauft haben bei Agento. Und jetzt in der Nähe von solchen Baumärkten vielleicht sind und dann sich richtig damit ins Arsch. Gefühlt ist, ne? Ich verstehe es wirklich nicht, ja? Und sowas wird anscheinend auch unterstützt. Und da überlege ich mir halt auch wieder, wenn das jetzt, wenn jetzt andere Baumärkte nachziehen, mit solchen Preisen, dann kommt genau mein zweiter Aspekt, wo ich immer sage, ah, das ist mein Shop, ich entscheide, was in mein Shop kommt. Und auch nur, wo ich hinter der Qualität hinterstehe und auch, wo ich hinter dem Preis hinterstehe. Und ich stehe dann hinter meinem Preis anscheinend nicht mehr, weil es andere gibt, die einen Preis fast zum Einkaufspreis rausballern können. Dann überlege ich mir zweimal, ob ich die nächsten Jahren 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000 vielleicht irgendwo anders investiere. Wenn es Agento, Agento hat es ja anscheinend nicht nötig, so wie er es ja auch in seiner wunderschönen E-Mail geschrieben hat, Leuten das Feuerwerk zu verkaufen, die noch mit Leidenschaft rangehen. Und ich bin ein ganz klassischer Typ, der mit Leidenschaft rangeht und ich finde, sowas wird echt kaputt gemacht. Ich glaube nicht, dass ein Sonderpreis-Baumarkt auf die Leidenschaft abgeht. So wie auch Malte Klein es in seiner wunderschönen Mail geschrieben hat. Sondern solche Leute gehen natürlich auf den finanziellen Aspekt ab. Und das hatte Malte Klein in seiner E-Mail eigentlich wunderschön dargestellt, dass er sowas nicht unterstützt, die auf den finanziellen Aspekt drauf aufspringen. Aua. Die Mail ist ganz schön schlecht gealtert. Die Mail ist auch ganz schön schlecht gealtert, wo man dann erfahren hat, dass Pyroland ja, noch so ein, ich sage jetzt mal nicht Vertrag hat mit Agento, aber so eine Vereinbarung. Und dass Pyroland zum Beispiel komplett rausgenommen ist aus der Pulverthematik, weil wir haben ja eine Vereinbarung und andere Shops werden dafür richtig hart auf den Schlips getreten. Ja, hätte ich so von Malte Klein nicht gedacht. Jetzt sehe ich die ganze Welt auch mit ein bisschen anders. Also meiner Meinung nach. Was haltet ihr davon? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wie gesagt, meine Sicht ist aus Fachhändlersicht. Nicht auf privater Sicht gezogen. Immer nicht vergessen, dieser Kanal ist ein Pyroaniterbock. Ich vertrete hier meine Firma. Das soll es gewesen sein. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren. Ich bin raus. Was hat er. Ich bin raus.